Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite, heute gibt es endlich mal wieder ein richtig großes Update, passend natürlich auch dazu, eigentlich wäre ja heute der nächste Season Start, aber die Season wurde ja bis Februar verlängert, deshalb heute aber eben halt wahrscheinlich ein großes Update. Wenn es dir gefallen würde, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen, ist kostenlos und dann verpasst du in Zukunft auch keine Videos mehr. Ich würde mal sagen, wir beginnen hier in der Lobby und zwar als erstes seht ihr hier schon, der News Hub wurde aktualisiert, ihr könnt ihn jetzt zum einen hier live direkt drin sehen, der dann alle weiter durch geht und dann wurde es hier alles etwas größer gemacht, etwas schöner und eben halt dem neuen Stil vom ganzen Fortnite Overlay angepasst. Dann kann man jetzt auch hier in dem Menü sehen, wie viele Spieler welchen Modus spielen, zum Beispiel kann ich jetzt erkennen, dass hier eine Arena Solo spielt, eine spielt Creative Mode, wobei ich gar nicht weiß, ob es einer ist, der dann Creative Mode zusammenspielt mit jemand anderem, dass das dann als eine Person angezeigt wird, weiß ich nicht ganz genau. Dann als nächstes, bei den Herausforderungen gibt es neue Missionen und zwar zusätzliche Ziele, sind glaube ich einfach tatsächlich nur um EP zu sammeln, ansonsten vielleicht nur noch Belohnung bei den Prestige Missionen, er gibt jetzt tatsächlich auch mal wieder Prestige Missionen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Bild tatsächlich da so passt, weil es ja eigentlich komplett Season 10 so ist, zum einen das Missions-Overlay ist ja Season 10 und das Bild war ja auch aus einer Mission aus Season 10. Hier ist dann nichts Neues, im Spind glaube ich soweit auch nicht. Weitere Skins, die verschlüsselt sind, die Skins, die neue Stile haben und so weiter, wird es dann auch mal in einem anderen Video geben, das würde wahrscheinlich dann morgen oder so kommen. Und jetzt im Item-Shop haben wir ja neue Sachen und zwar neben den vorgestellten und täglichen Items, haben wir jetzt auch die zeitlich begrenzten Real-Life-Money-Angebote, wie zum Beispiel das Wellenbrecher-Paket oder das Schattenfeuer-Paket, die ja vorher beim V-Bucks-Reiter hier waren. Dort sind die jetzt allerdings auch nicht mehr verfügbar, ansonsten ist hier glaube ich nichts Neues mehr. Ich würde sagen, wir springen jetzt in die Spielwiese rein und schauen uns dann dort nochmal alle Map-Änderungen, alle neuen Waffen etc. an. Ich hoffe mal tatsächlich, dass es jetzt funktioniert, weil ich eben gerade schon mal angefangen habe, was aufzunehmen. Allerdings ist dann die Netzwerkverbindung einfach abgebrochen, also nicht meine eigene Netzwerkverbindung, sondern vom Spiel aus. Fortnite hat dazu auch schon etwas auf Twitter gepostet, dass es ein paar Probleme und so gibt. Also, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe, es wird dann in den nächsten Tagen gefixt und wird wieder stabiler. Ich würde mal sagen, wir schauen uns die ersten Map-Änderungen an, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Die ganzen Zeichner oder die ganzen Teaser oder die Bilder zu den ganzen Orten wurden schon in Schnee gemacht. Ist jetzt zwar auf der Karte noch nicht so, aber wird in den nächsten Tagen kommen. Und hier bei Risky Reels sind auch die nächsten Vorbereitungen für das Star Wars Live-Event gemacht worden. Zum einen sind jetzt hier solche Teller im Prinzip, solche Scheiben, wo darauf dann wahrscheinlich für das Star Wars Live-Event irgendetwas projiziert wird. Wie es ja auch natürlich in allen Star Wars-Filmen so eigentlich immer die klassische Telekommunikationsmethode ist. Ansonsten hier immer so live in Fortnite irgendwie. Keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Allerdings wird hier dann wahrscheinlich auch irgendetwas drauf projiziert. Dann seht ihr schon, die Büsche sind jetzt auch tatsächlich in einer schönen Weihnachtsoptik. Ein bisschen mit Beleuchtung. Und jetzt tatsächlich relativ lucky, denn ich habe das Geschenk wieder. Das Geschenk ist wieder zurück als legendärer Gegenstand. Ich weiß gar nicht, wie oft man ihn stacken kann. Auf jeden Fall kann man den auf den Boden werfen. Dann muss man sich jetzt nur einmal reingraben. Und bekommt random Sachen, wie zum Beispiel auch eine legendäre Pump, was natürlich ziemlich nice ist. Und dann haben wir Kohlestücke jetzt im Spiel, die man absolut, glaube ich, so ziemlich neben den Dosen das unnötigste Item sind. Und dann ähnlich wie die Dosen kann man die werfen und die machen ehemals genau 20 Damage. Machen die überhaupt Damage hier an dem Stein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall jetzt nicht so wirklich das allerbeste Item. Dann auch noch etwas rein Visuelles. Und zwar hier neben der Waffe ist jetzt kein durchgängiger Strich mehr, sondern einzelne Symbole. Je nachdem, wie viel Motion man ehemalt hat. Ist eigentlich auch ganz cool. Ist auf jeden Fall eine nice Änderung, wie ihr seht. Alle Büsche sind abgeändert worden. Und dann ist hier auch ein neues Haus entstanden. Hier südlich von Frenzy Farm. Und da habt ihr gerade auch schon gesehen, der untere Teil der Map ist wieder in Schnee. Gibt ein schönes Feeling. Und das Haus ist hier, glaube ich, fast genau das Gleiche, was da in der Schneeregion war. Ist es tatsächlich hier mit drei Kisten, einer Munitionsbox. Ich kann mich einfach noch ziemlich genau daran erinnern, wie das ja früher schon war. Ist eigentlich genau das gleiche Gebäude. Hat sich nicht viel geändert. Wer es noch kennt aus der alten Map. Dort war das tatsächlich 1 zu 1 zu finden. Und dann hier als nächstes auch sind wieder die Schneemann-Tarnung zurück. Jetzt allerdings wirklich ziemlich stark geändert. Hier liegt auch ein random Geschenk einfach herum. Alles klar. Also Loot gibt es wirklich noch ein bisschen mehr. Und wie ihr seht, ich habe jetzt den kaputt gemacht, den Schneemann. Und man kann jetzt hier eine Schneekugel aufnehmen. Trägt der dann über sich. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen. Man ist, glaube ich, etwas langsamer. Man kann die einfach wieder hinlegen. Oder alternativ kann man werfen. Und die macht einfach so extrem viel Gebäude-Damage. Und man kann damit wirklich ziemlich viel zerstören. Hier alles ist jetzt kaputt. 300 Damage macht das. Aber eben halt über einen wirklich großen Radius. Ist schon ziemlich nice. Und ich glaube, an Spielern müsste das 80 Damage oder so machen. Und es freest ja eben halt auch die Spieler. Das heißt, wenn man sich jetzt auf sich selbst wirft, kommt man immer solche Eisfüße. Was auch ganz nice ist. Alternativ kann man sich da drin auch einfach verbergen. Und kann ihn dann im Prinzip anziehen. Mit dem, wenn man eben mal sneakt und sich hinstellt, dann sieht das eben halt aus, als wäre man normal getarnt. Und ist auf jeden Fall ganz nice, dass das auch wieder zurück ist. Dann seht ihr schon, sobald man hier etwas höher im Prinzip kommt, kommen auch die Schneeregionen. Denn wie ihr seht, hier unten auf der Map ist ja im Prinzip so das hügeligere. Alles, was so ein bisschen höher ist. Dort oben ist auch etwas höher. Das bisschen ist etwas höher. Und dort ist ja auch alles noch etwas höher als so am Rest der Karte. Und hier ist dann eben mal Schnee auch relativ realistisch gehalten. Und dann sieht da ja ziemlich nice aus tatsächlich. Hier unten auch so ein bisschen eben halt, sieht so aus, als wäre es angetaut und dann wieder gefroren. So klassisch eigentlich. Was ja relativ typisch für den Winter ist. Dann die Bäume hier schön leicht mit Schnee bedeckt. Sieht wirklich cool aus. Und es gibt mir einfach nochmal mehr Vorfreude. Der nächste Woche geht es dann auch wieder in den Skiurlaub. Ich freue mich wirklich schon mega drauf. Entschuldigung. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch andere Geschenktypen noch. Ist mir gerade auch erst aufgefallen. Also ich entdecke es jetzt tatsächlich mit euch auch so ein bisschen. Ich glaube hier kommt sogar immer eine goldene Waffe raus. Haben wir noch ein neues? Ah ne, es wäre das rote. Aber ganz cool, dass es wenigstens, mindestens mal eine Abwechslung gibt. Und die AK ist drin. Die AK ist im Spiel. Das ist krass. Ich habe es vorher tatsächlich nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob es auch ein normales Game ist. Ich denke mal, es müsste überall jetzt drin sein. Wäre relativ unlogisch, wenn nicht. Oh, das sieht auch cool aus hier. Der Fluss. Sieht wirklich super nice aus. Aber tatsächlich, AK ist jetzt im Spiel. Was man alles so entdeckt. Ich gehe hier tatsächlich rum. Teilweise etwas blind. Manches weiß ich. Allerdings eben halt, wie gesagt, vieles ist noch blind. Ich glaube ansonsten viel Weihnachtsdekoration ist noch nicht zu finden. Wie gesagt, außer den Büschen und ehemaliger der Schnee. Ansonsten aber nicht viel. Dann als nächstes gibt es ein Map-Update. Es gibt ein Schneeschloss jetzt auf der Karte verfügbar. Hier auch mit schönen Schneeflocken, die tatsächlich animiert vom Himmel runterkommen. Sieht auch ziemlich nice aus. Wie gesagt, wahrscheinlich wird die ganze Schneeregion dann auch noch auf die ganze Karte verteilt. Zur Zeit ist ja noch relativ begrenzt. Und hier haben wir jetzt ein Schneeschloss. Sieht tatsächlich ziemlich nice aus. Vor allem, wenn man eben halt auf epischen Settings spielt. Das ist hier das Shiver Inn. Als Hotel. Hier stehen auch ein paar Schneemänner. Hier eine schöne Eispalme. Sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Gibt ein schönes Winterfeeling. Und dann haben wir hier auch ein paar Teaser auf kommende Skins. Nämlich einmal hier ein Eis. Das Fisch-Stick-Skin. Dann als nächstes noch hier das Kartus-Monster als Skin. Und dann die Skin hier. Ich weiß gar nicht, wie genau die heißt. Eben halt alles als Weihnachts-Stil. Was ziemlich nice ist. Beziehungsweise nicht als Stil, sondern als Paket, was man dann kaufen kann. Ansonsten sind hier glaube ich nur ein paar Kisten drin. Nichts weiter Besonderes. Allerdings an der Seite hier. Seht ihr hier vielleicht diesen Eisblock. Und da drin kann man schon erkennen. Ist eine neue Waffe. Wenn wir den Stein jetzt mal kaputt hauen. Weil es tatsächlich 3500 HP hat. werden wir aber eben halt den Loop bekommen, der da drin ist. Ich glaube man kann ihn, genau man kann ihn auch nicht einfach durch eine Pyramide oder so zerstören. Das heißt, man muss ihn tatsächlich abbauen. Ist ein bisschen ähnlich wie eine Kiste. Brauchen wir mit relativ lang. Bekommt allerdings kein Metz dazu. Und jetzt haben wir hier den Schneeball-Launcher wiederbekommen. Wir können jetzt auch mal gucken, was hier drin ist. Sieht man tatsächlich relativ schwierig. Da unten ist eine AR drin. Was haben wir hier noch? Ah, hier kann man es tatsächlich nicht erkennen. Aber wie gesagt, gibt ja viele Sachen, die drin spawnen können. Hier zum Beispiel eine Tag. Und der Schneeball-Launcher wurde jetzt auch etwas geändert. Man denkt vielleicht am Anfang, es wäre der gleiche Raketwerfer. Aber der macht jetzt glaube ich 75 Damage in der blauen Variante. Dann macht er, soweit ich weiß, 79 Damage in der epischen Variante. Und wahrscheinlich dann irgendwie 83 Damage in der goldenen Variante. Hier sind zum Beispiel auch Fische drin in dem Eisblock. Und wenn man den jetzt schießt, dann explodiert er tatsächlich direkt. Macht er mal dafür nicht wie vorher irgendwie 100 Damage. Aber eben als so eine direkte Explosion ist auch relativ nice. Ist schon eine relativ coole Änderung, wie ich finde. Lohnt sich auf jeden Fall. Das hier sieht tatsächlich auch relativ cool aus. Hier sehen wir auch nochmal einen weiteren Stil, der reingekommen ist. Und zwar hier für den Nussknacker. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das ein neuer Stil ist. Aber es sind auf jeden Fall für ein paar Skins neue Stile reingekommen. Das war es dann aber soweit hierzu. Könnt ihr vielleicht nochmal einen Block zerstören und gucken, was rauskommt. Und ich glaube, ähm, ähm, na doch tatsächlich. Wenn man die mit, das war random. Ich hätte jetzt gedacht, man könnte die vielleicht zerstören dann damit. Aber ist leider nicht so. Die spawnen anscheinend nur kurz. Ich weiß nicht mehr, ob das Damage gemacht hat. Ähm, aber brauchen wir halt relativ lang jetzt zum Abbauen dafür. Und wir haben nichts rausbekommen. Das heißt, wahrscheinlich nur da, wo auch etwas angezeigt wird, wird auch was drin sein. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ähm, habe ich sonst eigentlich noch was vergessen. Äh, Kohle hatte ich erwähnt. Dann, ähm, wie gesagt, der Schneeball-Lounger. Ansonsten eben halt noch die Schneemann-Tarnung. Dann die schwere, das schwere Sturmgewehr. Ich weiß gar nicht, ob die Scoped AR auch wieder zurück ist. Muss man mal schauen, ähm, ob das noch jemand findet. Ich glaube, sonst Map-Änderung bisher, äh, ja, nichts. Wenn ihr noch etwas findet, könnt ihr natürlich gerne, äh, das in die Kommentare schreiben. Außer eine letzte Änderung. Vielleicht seht ihr es schon, äh, dort oben auf dem Haus, äh, auf dem Berg ist ein neues Haus. Und zwar eine Abriss-Ski-Bar. Ähm, finde ich auch ganz cool, ähm, dass jetzt so eine Abriss-Ski-Bar jetzt einfach hier drin ist. Früher war hier ja auch schon ein Haus, aber ein etwas kleineres Haus. Und hier sind jetzt eben halt ein paar Skier drum, ein bisschen höher auch das Ganze hier. Klassisch eben halt geschmückt, wie so eine Abriss-Ski-Bar sein muss. Hier auch noch Schienen dekoriert mit den ganzen Sachen, äh, mit dem ganzen, der Besteck und Müll, der rumliegt. Dann hier eine kleine Tanzfläche. Hier oben ein kleines DJ-Puls. Ein paar Bänke überall. Ist relativ nice. Hier kommen ein paar mehr Kisten, müssen auch drin sein. Dann hier klassisch natürlich Skier, Skistecke und na alles. Auch drin. Hier oben noch eine kleine, ähm, Disco-Kugel. Und ist hier oben noch eine Kiste. Ich kann ja auch mal gucken, ob wir eine neue Waffe finden. Aber ich denke mal, dass das soweit jetzt alles sein müsste. Ähm, ja. Ich glaube, hier hinten sieht man auch so ein bisschen Nebel ist dazugekommen. Nicht viel, aber wie gesagt ein bisschen. Und ist da hinten auch noch eine neue Sache? Ich würde nur sagen, wir fliegen da hin. Und dann gucke ich mal, ob da was Neues noch ist. Tatsächlich ist jetzt hier auch noch eine Schneefestung. Ähm, finde ich tatsächlich relativ cool, dass an der Stelle auch noch was ist. Und das ist hier die Lebkuchenmann-Festung. Ich hoffe, es ist nochmal eine Kiste. Dann, ähm, sind hier drin ein paar Eisblöcke. Zum Beispiel hier ein Rocket-Lounger drin. Können wir auch nochmal aufbauen. Ähm, aber eben halt nur eine kleine Hütte einfach. Die zusätzlich hier dann drin ist. Äh, nichts, was irgendetwas replaced hat. Hier war ja vorher wirklich nichts. Ist ganz cool, dass eben halt jetzt so etwas dazugekommen ist. Eben halt auch mit tatsächlich relativ gutem Loot. Ihr seht auch relativ random was und dann für eine genaue Waffe dort rauszubekommen. Ich weiß gar nicht, ob angezeigt wird. Ob es eben halt die epische Variante oder so ist oder nicht. Ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, keine weiteren Informationen mehr, ähm, die ich euch sagen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video dann gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.